Ein Mädchen kommt in den Gerichtssaal und schreit. Bitte lasst sie mich nicht adoptieren. Als sie das hören, sind alle verblüfft. Aber als der Richter herausfindet, warum sie das sagt, trifft er eine Entscheidung, die alles verändert. Der Gerichtssaal war voller Erwartung, denn Judite, ein kleines Mädchen, stand vor dem Adoptionsverfahren. Es herrschte eine aufgeregte Atmosphäre, die Leute hatten sich eingefunden und der Richter war bereit, mit dem Verfahren zu beginnen. Das Adoptivpaar, die Weines, saßen selbstbewusst und aufgeregt da, elegant gekleidet für diesen Anlass. Im Hintergrund, neben den Kindern aus dem Waisenhaus in Maryland, wartete das kleine Mädchen ruhig. Die Sozialarbeiter stellten den Fall vor, erläuterten die Eignung des Paares und zeigten Fotos von dem eleganten Haus, in dem das kleine Mädchen leben würde. Wie sie sehen können, sind die Weines wohlhabend, sodass Judit in guten Händen sein wird, sagten die Anwälte und betonten ihre Fähigkeit und Bereitschaft, dem Mädchen ein liebevolles Zuhause zu bieten. Die Szene strotzte nur so vor Optimismus, abgesehen von der Protagonistin selbst, die seltsamerweise den Kopf gesenkt hielt und die Hände zitterten. Die Nonnen des Waisenhauses, die die Geschichte des kleinen Mädchens genau kannten, tauschten besorgte Blicke aus, behielten aber eine positive Miene bei und hofften, dass das Mädchen endlich eine liebevolle Familie finden würde. Judite schien jedoch von einer überwältigenden Angst ergriffen zu sein, die sich in der Nervosität ihres unruhigen kleinen Körpers zeigte. Und es wurde noch schlimmer, als der Richter verkündete, dass Philipp Wehn und Gloria Wehn die Adoptiveltern des Mädchens sein würden, sofern es keine Einwände gäbe. Sie konnte dem emotionalen Druck nicht standhalten und stand in einer impulsiven Bewegung abrupt auf, durchbrach die Stille des Gerichtssaals mit einem verzweifelten Schrei und rief die folgenden verzweifelten Worte. Bitte lassen Sie nicht zu, dass Sie mich adoptieren. Der Richter, der von dieser Szene überrascht war, schaute über seine Brille und wandte sich an sie. Kleine Judith, beruhige dich, dies ist ein wichtiger Moment in deinem Leben, hast du noch etwas hinzuzufügen? Zwischen Schluchzern antwortete das kleine Mädchen. Ich will nicht, ich kann nicht mit Ihnen gehen, bitte lassen Sie mich nicht gehen. Die nächste Nonne versuchte, sie zu trösten und sagte. Schatz, was ist denn los? Du verdienst es, glücklich zu sein, es sind gute Menschen. Aber Judith war immer noch untröstlich, weinte und wiederholte ihr verzweifeltes Flehen. Die Eltern machen große Augen vor Ungläubigkeit und im Gerichtssaal herrscht gespannte Aufmerksamkeit, da alle versuchen, den Grund für den Widerstand des kleinen Mädchens zu verstehen. Die Nonnen, die den brennenden Wunsch des kleinen Mädchens nach einer Familie kannten, waren von der unerwarteten Wendung der Ereignisse ebenso verblüfft. Der Gerichtssaal, der einst mit positiven Erwartungen und der Angst vor der Gründung einer weiteren Familie gefüllt war, stand nun vor einem quälenden Rätsel. Was war mit Judith los? Wie konnte es sein, dass sie nicht mit ihren neuen Eltern mitgehen wollte? Nun, um diesen verwirrenden Moment zu erklären, müssen wir ein wenig in der Zeit zurückgehen. Das Leben des kleinen Mädchens begann im Waisenhaus von Maryland, wo sie von einer ihrer Schwestern entdeckt wurde, als sie noch ein Baby von etwa einem Jahr war. Sie wuchs in der behaglichen Umgebung der Nonnen auf und teilte ihre Kindheit mit anderen Waisenkindern. Und wie jede dieser kleinen Seelen hatte auch sie immer den Wunsch nach einem eigenen Zuhause gehabt. Von klein auf war klar, dass Judith ein starkes Temperament und eine für ihr Alter bemerkenswerte Intelligenz hatte. In verschiedenen Situationen überraschte sie alle mit fortschrittlichen Fragen und bewies eine Einsicht, die potenzielle Adoptiveltern manchmal einschüchterte. Deshalb sah sich das Mädchen trotz seiner Klugheit der Herausforderung gegenüber immer wieder abgelehnt zu werden. Hinzu kam, dass die Stadt, in der sich das Waisenhaus befand, überwiegend von wohlhabenden, meist weißen Menschen bewohnt war. Leider führte dies zu Vorurteilen gegenüber dem kleinen Mädchen, das schwarz war, da viele Paare nach Kindern suchten, die ihnen ähnlich waren. Judith sah sich aufgrund ihrer Hautfarbe mit diesem Hindernis konfrontiert und wurde deshalb erneut abgewiesen. Inmitten der Traurigkeit, die sie begleitete, wuchs das kleine Mädchen mit vielen Fragen auf, auf die es keine Antworten gab. Sie wandte sich an die Nonne, die sich um sie kümmerte, und rief. Warum will mich niemand, Schwester? Ich versuche, nett zu sein, ich bin klug, aber niemand wählt mich, fragte das Kind mit seinem unschuldigen kleinen Herzen. Eine der Nonnen antwortete ihm mit einem liebevollen Lächeln. Gott liebt dich, meine Liebe, mach dir keine Sorgen, eines Tages wird ein besonderer Mensch kommen. Außerdem ist dieser Anhänger der Beweis dafür, dass deine Eltern dich geliebt haben, aber nicht für dich sorgen konnten, er ist eine Erinnerung. Damit meinte sie den silbernen Anhänger mit dem eingravierten Wolfssymbol und dem Buchstaben J, der die einzige greifbare Verbindung des Mädchens zu ihren leiblichen Eltern darstellte. Sie war bei ihr, als sie als Baby gefunden wurde, und wegen des Buchstabens J gaben ihr die Nonnen sogar den Namen Judith. Ihre Schwester erzählte die Geschichte liebevoll und betonte, dass der Gegenstand eine ewige Verbindung zu der Liebe sei, die bestanden habe, auch wenn die Umstände sie daran gehindert hätten, eine Familie zu werden. So klammerte sich das kleine Mädchen in der Stille der Nächte im Waisenhaus an den Anhänger, schaute in den Himmel und fragte sich. Haben sie mich wirklich geliebt? Konnten sie sich nicht um mich kümmern oder haben sie mich verlassen, weil sie mich nicht wollten? Ich bin schon acht Jahre alt und niemand will mich. Tränen benetzten ihr Kopfkissen, als sie sich nach Antworten sehnte, die nur die Zeit geben konnte. Doch das Schicksal schien der armen Seele zuzuneigen, denn es geschah, was sie sich am meisten wünschte. An einem Besuchstag kam ein nettes Ehepaar, die Kinder stellten sich vor, zeigten ihre Fähigkeiten und erzählten ihre Geschichten. Judith, mit ihren bemerkenswerten Fähigkeiten in Mathematik, gewann die Aufmerksamkeit der beiden, die übrigens wen hießen. Nachdem sie einen ganzen Nachmittag lang die Kinder kennengelernt hatten, schien das Paar sich entschieden zu haben. Sie waren sehr aufgeregt und total verliebt in das kleine Mädchen. Nach einem ausführlichen Gespräch unterhielten sich die werdenden Eltern mit den Nonnen im Wohnzimmer, während das ängstliche kleine Mädchen hinter der Tür lauschte. In diesem Moment hörte sie die Worte, die ihr Leben verändern sollten. Ich glaube, wir haben unsere Tochter gefunden, wir lieben Judith. Das Herz des kleinen Mädchens quoll über vor Glück, als es hörte, dass sich jemand für sie interessiert hatte. Ihre Freude war bemerkenswert und nachdem die Weines gegangen waren, ging eine der Schwestern liebevoll zu ihr, um ihr die gute Nachricht mitzuteilen. Das Mädchen hüpfte überglücklich auf und ab und schmiedete Pläne für ihre nahe Zukunft. Wenn ich mein eigenes Zimmer bekomme, werde ich es hellrosa streichen und mit Puppen füllen. Werden sie mit mir Puppen spielen, Schwester Vera? Ich glaube schon, sie sehen sehr hübsch aus. Außerdem sind sie wohlhabend, also werden sie dir sicher viel Spielzeug schenken, antwortete die Nonne, während die beiden sich zwanglos unterhielten und über Judiths Vorfreude und ansteckende Freude lachten. Das kleine Mädchen fühlte sich unglaublich wohl bei der Aussicht, echte Eltern zu haben. Ihr Traum wurde wahr, und sie hielt ihren Anhänger mit der Gewissheit in der Hand, dass ihre leiblichen Eltern, wo auch immer sie sein mochten, sich für sie freuen würden. Die Nonne wies sie an, schlafen zu gehen, denn am nächsten Tag würde sie das Haus des Paares besuchen. Sie würden ihr den Ort zeigen, der hoffentlich ihr neues Zuhause werden würde. Die Angst des Mädchens war so groß, dass sie kaum ein Auge zudrücken konnte. Am nächsten Tag wachte Judith ängstlich auf, machte sich blitzschnell fertig und wartete. Als die Wenjungs kamen, um sie abzuholen, waren sie äußerst freundlich und liebevoll. »Guten Morgen, meine Prinzessin«, begrüßte Jordan, ihr Vater. Die Nonnen, die die Fürsorge der werdenden Eltern miterlebten, waren gerührt, wie viel Glück dieses Kind hatte, eine so liebevolle Familie zu finden. Im Laufe des Tages machten sich jedoch kleine Anzeichen einer Entfremdung bemerkbar. Obwohl sie immer noch freundlich waren, begann ihre anfängliche Wärme abzukühlen. Als zum Beispiel bei einem Besuch zu Hause eine strahlende Judith fragte, ob sie Rosas Zimmer streichen dürfe, flüsterte ihr Vater leise. »Kaum bist du angekommen, schon willst du etwas verändern.« Das kleine Mädchen hörte ihn mehr oder weniger und fragte, was er gesagt habe. Dann schaltete sich ihre Mutter schnell ein und versuchte, es zu vertuschen. »Es war nichts, meine Liebe, und ja, natürlich kannst du es in jeder beliebigen Farbe streichen.« Ein weiterer seltsamer Moment ereignete sich, als Judith ihren Wunsch nach Eiscreme äußerte. »Ich will Erdbeere mit Traubensirup.« Aber Gloria, die Mutter, die bis dahin warmherzig und superfreundlich gewesen war, wusste nicht, ob sie sich über etwas ärgerte, sondern versuchte, die Dinge zu vereinfachen, indem sie ihr einfach das Wort abschnitt und mit der Betreuerin sprach. »Nein, nein, sie soll Schokolade nehmen, das ist einfacher.« Obwohl Judith es annahm, weil es Eis war, hielt sich ihre Freude in Grenzen. Als sie ins Waisenhaus zurückkehrte, fragte Schwester Vera, ob es ihr geschmeckt habe, und das Mädchen, das sich bemühte, seine gute Laune zu bewahren, antwortete. Ja, es war sehr gut. Tief in ihrem Inneren war sie jedoch ein wenig enttäuscht von diesen Zeichen der Distanz. Die Freude darüber, ausgewählt worden zu sein, versuchte, diese unangenehmen Punkte zu verbergen, aber Zweifel begannen sich in ihr Herz zu schleichen. Einige Monate vergingen, und das Paar suchte das kleine Mädchen weiterhin auf, ging mit ihr spazieren und zeigte ihr oberflächliche Zuneigung. Obwohl sie das Verhalten der beiden seltsam fand, wenn sie von anderen Menschen getrennt waren, freute sich das kleine Mädchen über die Zuneigung und Aufmerksamkeit, vor allem in Gegenwart der Nonnen. Die Entscheidung, sie zu adoptieren, wurde schließlich getroffen, und die rechtlichen Verfahren begannen. Judith war aufgeregt, weil sie endlich eine Familie haben würde, aber irgendetwas schien nicht zu stimmen, neben den Zeiten, in denen sie ein wenig kalt waren, fiel ihr auf, dass sie immer miteinander flüsterten. Und jedes Mal, wenn sie sie ansprach, lächelten sie und wechselten das Thema, als ob sie etwas zu verbergen hätten. Sie begannen, sie ein paar Mal zum Schlafen in ihr zukünftiges Haus mitzunehmen, und das kleine Mädchen konnte sich an ihr neues Zimmer gewöhnen. Das Paar kaufte Puppen und strich das Zimmer rosa, so wie sie es sich gewünscht hatte. Sie war sehr glücklich und aufgeregt, aber ein Gefühl des Misstrauens blieb bestehen. Aufgrund ihrer für ihr junges Alter hohen Intelligenz war sie sich der Feinheiten und der Fremdartigkeit des Verhaltens ihrer zukünftigen Eltern bewusst. Als der Adoptionsprozess voranschritt, bemerkte Judith etwas Seltsames. Immer wenn sie in ihrem Haus schlief, in ihrem neu eingerichteten Zimmer, stellte sie fest, dass alles für ein Kind vorbereitet schien. Das brachte sie dazu, sich zu fragen, warum das Zimmer bereits mit Kinderdekoration ausgestattet war, wenn sie noch nie Kinder gehabt hatten und erst jetzt an eine Adoption dachten. Schließlich hatten sie nur ein paar kleine Änderungen vorgenommen, um es nach ihrem Geschmack zu gestalten. Aber das Zimmer existierte bereits, es waren bereits Kindersachen darin, als hätte schon jemand anderes dort gewohnt. Dieser Zweifel verfolgte sie, aber sie behielt ihre Fragen für sich. Dann, eine Woche vor der Gerichtsverhandlung, beschloss Judith, nachts herumzuschnüffeln. Sie ging um das Haus herum und sah ein schwaches Licht unter der Tür des Schlafzimmers von Wehen. Von Neugier getrieben, schlich sie sich leise näher und begann zu lauschen, doch was sie hörte, erschreckte sie. Die Stimmen ihrer zukünftigen Eltern halten durch den Raum und Bruchstücke ihrer Gespräche offenbarten einen beunruhigenden Zusammenhang. Ja, aber sie ist sehr intelligent, viel intelligenter als das letzte Kind, sagte Jordan. Ja, es ist ein wirklich wertvolles Gehirn und die anderen Teile werden ihm sicher sehr gut gefallen, fügte Gloria hinzu. Das erschrockene Mädchen rannte zurück in ihr Zimmer, bedeckte ihren Kopf mit der Decke, atmete hastig und versuchte, die Bedeutung der Worte zu verstehen, die sie gerade gehört hatte. Was ist hier los? Was meinten sie mit wertvollem Gehirn und anderen Teilen? Verwirrung und Angst ergriffen Judith und sie wurde von der Ungewissheit über das, was geschehen würde, gequält. Dann kam der Tag des Urteils und alles schien gut zu laufen, bis zu dem Moment, als das Mädchen einfach in Tränen ausbrach und schrie. Lass sie mich nicht adoptieren, bitte! Sein Plädoyer heilte durch den Gerichtssaal und ließ alle fassungslos und entsetzt zurück. Niemand versuchte etwas und der Richter fragte. Warum, meine Liebe? Was ist passiert, warum wollen sie nicht, dass ich die Adoption annehme? Warum, meine Liebe? Weil sie Verbrecher sind! Rief das kleine Mädchen laut und deutlich, sodass alle Anwesenden vor Schreck den Atem anhielten. Der Richter versucht verblüfft, die Ordnung auf Recht zu erhalten, während die Anwälte und Sozialarbeiter versuchen zu verstehen, was vor sich geht. Die Weines meldeten sich überrascht und mit großen Augen zu Wort. Was ist? Tochter, wovon redest du? Hattest du einen Albtraum? Wie kommst du auf diese Idee? Ein Albtraum ist das, was du mir antun wolltest, rief sie aus und trotzte allen mit erschreckender Entschlossenheit. Die Anschuldigung schwebte über dem Gericht und erzeugte eine unbeschreibliche Spannung. Dann trug das Mädchen einen Brief am Ärmel, den sie nach dieser schrecklichen Nacht im Haus des Paares mit Mut und Entschlossenheit erklärte, obwohl sie zitterte und zu Tode erschrocken war. So fuhr sie fort zu erklären. Nachdem sie das verdächtige Gespräch mit angehört hatte, indem die Eltern offensichtlich behaupteten, das Mädchen sei verrückt geworden und alles sei eine Lüge, nahm sie am nächsten Tag das alte Handy ihrer Schwester Vera, das sie im Waisenhaus gefunden hatte, reparierte es und nahm ein belastendes Gespräch zwischen den beiden auf. Das Mädchen drückte einfach auf a play und die Aufnahme wurde vor Gericht abgespielt und enthüllte die wahren ruchlosen Pläne dieser beiden kranken Seelen. Wir werden eine Menge Geld verdienen, wenn wir das Mädchen an diesen reichen Kerl in Spanien verkaufen, sagte die Frau. Ja, ich will gar nicht wissen, was er mit dem Rest machen wird, ob er die anderen Teile verwenden wird, ich will nur wissen, wie viel Geld wir bekommen werden, sagte der Vater mit einem dunklen Lachen. Der Raum wurde still, bis auf das gedämpfte Schluchzen von Judith, die prompt von einer der Nonnen gestützt wurde. Die vermeintlichen Mitglieder des Paares, die nun enttarnt waren, versuchten sogar in einer verzweifelten Reaktion zu fliehen, aber der Gerichtssaal war voll von Sicherheitsbeamten, die schnell handelten, um sie zu verhaften. Eine Aura des Triumphs erfüllte das Herz des kleinen Mädchens, als sie sah, wie die Menschenhändler in Handschellen ins Gefängnis gebracht wurden. Sie sahen sie mit purem Hass an, entrüstet darüber, dass sie entlarvt worden waren. Am Ende dieses Tages war es dem kleinen Mädchen gelungen, den beiden grausamen Verbrechern das Handwerk zu legen, weil sie sich mutig der drohenden Gefahr stellte. Wenn sie jedoch dachten, dass dies das Ende der Geschichte war, haben sie sich gewaltig geirrt. Denn nun setzte das Universum seinen sorgfältig ausgeklügelten Plan für das kleine Mädchen in die Tat um. Judith wurde zum Epizentrum eines nationalen Aufruhrs. Noch Wochen nach dem Prozess wurde sie wiederholt von den Medien interviewt und erzählte die erstaunlichen Details ihrer Geschichte. Das ganze Land erfuhr von dem Fall, aber das Schicksal hatte noch eine wunderbare Überraschung für sie auf Lager. Eines Tages, als das Mädchen im Waisenhaus war, erschien ein gut gekleidetes schwarzes Paar. Beim Anblick des kleinen Mädchens veränderte sich ihr Gesichtsausdruck sofort. Als sie sahen, dass Judith den Wolfsanhänger mit dem Buchstaben J trug, stiegen ihnen die Tränen in die Augen. Gerührt gingen sie beide auf sie zu und sagten, »Schatz, wir sind deine richtigen Eltern, schau!« Sie zeigten auch ihre eigenen Silberanhänger mit je einem Wolf und den Buchstaben ihrer Initialen, Jackson und Janice Wolf. Der Name, den sie für ihr kleines Mädchen ausgesucht hatten, war Jenna, daher das J. Als die Interviews in der Ferne stattfanden, sah Janice sich die Berichte an und war von ihren Gefühlen überwältigt. Dann rief sie ihren Mann an und sagte, »Sie nur, Schatz, sie ist es, sie muss es sein.« Das Ehepaar umarmte sich unter Tränen vor Glück, denn vor sieben Jahren wurde ihnen ihre Tochter gestohlen, als sie noch ein Baby von etwa einem Jahr war. Es stellte sich heraus, dass die Wolfs eine sehr wohlhabende Silbermine besaßen. In der Vergangenheit musste die Minengesellschaft einige neue Verfahren durchlaufen und war eine Zeit lang nicht mehr im Geschäft. Doch dann, an einem schicksalhaften Tag, entführte eine Bande ihre Tochter und forderte ein unmögliches Lösegeld in Höhe von einer Milliarde Dollar. Jackson konnte nicht zahlen, da er die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, und so ordnete der Anführer der Bande den Tod des Mädchens an. Die Eltern bettelten, versprachen, das Geld zu besorgen, aber der Mann hatte sich bereits entschieden. Was selbst der Bandenchef nicht wusste, war, dass der Gangster, den er mit der Aufgabe betraut hatte, reumütig in ein anderes Land gereist war und das Baby vor der Tür des Waisenhauses in Maryland zurückgelassen hatte, wobei er vorgab, es getötet zu haben. Die Wolfs, die an den Tod ihrer Tochter glaubten, litten sehr, ohne zu wissen, dass sie noch lebte, aber als sie Judith mit dem Anhänger im Fernsehen sahen, erkannten sie das kleine Mädchen sofort und reisten quer durchs Land, um sie zu finden. Das Wiedersehen war ein Moment überwältigender Gefühle. Judith schaute sie ungläubig an und flüsterte. Daddy, Mommy? Bevor sie in die liebevollen Arme ihrer echten Eltern lief, konnten die anwesenden Nonnen ihre Tränen angesichts der rührenden Szene nicht zurückhalten. Sie hat es verdient, das hat sie immer, kommentierten sie, trockneten sich die Wangen und bejubelten den Erfolg des Mädchens, das nun bei seiner neuen und ursprünglichen Familie war. Einige Zeit später war Judith, nun offiziell als Judith Jane Wolf registriert, endlich wieder mit ihrer Blutsfamilie vereint. Sie nahm den Namen, den man ihr bei der Geburt gegeben hatte, mit, beendete damit ihre Zeit als Weise und begann ein neues Leben voller Liebe und Unterstützung. Und das kleine Mädchen vergaß nie die wertvollen Lektionen, die sie in ihrem kurzen Leben gelernt hatte, nämlich tapfer zu sein und sich allem zu stellen, was auf sie zukam. Und das kleine Mädchen vergaß nie die wertvollen Lektionen.